Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem Toti-Resümee. Ich habe mir gedacht, ich lasse das Ganze ein bisschen Revue passieren, teilen mit euch, was so passiert ist, was habe ich investiert, welche Packs habe ich gezogen, welche Spieler habe ich gezogen, welche SPCs habe ich abgeschlossen. Ein paar habt ihr ja ohnehin in den Spielerbewertungsvideos gesehen, aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine ganz coole Sache, damit jeder mal sieht, wie viel habe ich investiert überhaupt und was ist dabei rausgekommen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich vorab sehr zufrieden. Ich habe eigentlich nie wirklich gute Spieler in Totis gezogen in den vergangenen Jahren. Ich muss sagen, ich bin auch erst so seit FIFA 20 so richtig in diesem Toti-Game, in diesen ganzen SPCs und so weiter drinnen. Davor habe ich FIFA sehr, sehr casual gespielt. Und auch da möchte ich jetzt bald eine neue Serie starten. Wir starten mit FIFA 14 und werden von FIFA 14 an jedes FIFA nochmal durchgehen, zeige euch so meine besten Teams, die ich da hatte. Und dann werden wir ein Match spielen, vielleicht ein Pack ziehen, damit wir das ein bisschen Revue passieren lassen können auch. Also gerne jetzt schon mal vorab ein Like auf das Video da lassen, wenn euch das gefällt und gerne den Kanal natürlich abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein und schauen uns an, was ich überhaupt investiert habe. Gut, finanziell gesehen 260 Euro in FIFA Points. Das kann man sich Gott sei Dank relativ einfach ausrechnen. Man braucht ja nur auf seinen Playstation-Account gehen, dann sieht man das. Ist relativ viel Geld, muss ich sagen. Und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, eigentlich auch zu viel. Eigentlich ist es gar nicht gut, überhaupt Geld in dieses Spiel hineinzustecken. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einen guten Output gehabt, beziehungsweise immer wieder dadurch halt auch SPC-Futter, um diese ganzen SPCs abzuschließen, um dann Videos hier auf meinem Kanal zu machen. Also insofern ist es halt ein bisschen ein Invest. Es kommt aber auf jeden Fall, das kann ich auch schon mal sagen, nicht das Geld wieder zurück, das ich da in das Spiel hineinstecke. Also das ist schon eigentlich ein Minusgeschäft. Aber ich mag es gerne, es ist irgendwie halt so mein Hobby. Jemand anderer macht halt irgendwas anderes. Aber ich würde trotzdem jedem dazu raten, nicht Geld in dieses Spiel hineinzustecken. Es lohnt sich einfach im Endeffekt gar nicht eigentlich. Also jeder von euch, der wahrscheinlich schon mal Packs für Geld gezogen hat, weiß, man muss extrem glücklich sein, dass man da irgendwie was Gutes rauszieht. Aber ja, es ist halt so. Von den Coins, die ich in FIFA selbst hineingesteckt habe, waren wir ungefähr bei 1,3 Millionen. Damit ist alles, was ich vor TOTI schon investiert habe, um Packs zu craften und so weiter eingerechnet. Und auch das, was ich während dem TOTI an Coins ausgegeben habe, um irgendwelche Spieler zum Beispiel mal einen Kanté nachzukaufen, damit ich SPCs abschließen kann. Also 1,3 Millionen an Coins sind da auch noch hineingeflossen. In diese ganze TOTI-Vorbereitung, beziehungsweise während dem TOTI. Ja, wie gesagt, habe ich mich ja auch schon gut darauf vorbereitet. Ich habe vor dem TOTI schon sehr, sehr viele Packs abgeschlossen. Diese ganzen 83er-Stürmer-Mittelfeld-Verteidiger-Packs, die es da gab im Vorfeld. Dann habe ich 100 Stück von diesem 82-Plus-Pack abgeschlossen. Ich wollte darüber ein Video machen. Ich habe das auch alles aufgenommen. Aber wir haben aus diesen 100 Packs, ich glaube, 5 Walkouts gezogen. Wenn es überhaupt 5 waren. Also ein paar von euch waren wahrscheinlich im Stream dabei, wie ich die gezogen habe. Das war sehr, sehr zermürbend. Sehr viele 82er, 83er, 84er, ganz wenige 85er und ganz wenige Walkouts. Und da auch keine wirklich guten. Also mal ein 86er, vielleicht ein 87er, was das Höchste war. Das war wirklich mies. Und der allerbeste, den wir gezogen haben, war ein 88er in Form. Unterm Strich, wie gesagt, eine herbe Niederlage, diese 100 Packs. Dann habe ich immer wieder diese Proviant-Packs gekauft aus dem Shop für 500 Münzen und habe insgesamt 450 oder über 450 mit den Goldspielern, die ich sonst noch hatte, Packs gemacht. Diese 75-Plus-Player-Packs, wo man immer 3 bekam. Und da habe ich auch tatsächlich was gezogen. Zwei Nominees habe ich da gezogen. Ich zeige euch dann später, welche das waren. Und ja, während dem Tote natürlich auch diese ganzen 85 mal 3 Packs oder 85 mal 2, was das waren, diese 83 mal 3 und so weiter. Jeden Tag immer wieder abgeschlossen. Sehr viel SPC-Futter immer gehabt durch dieses ganze Re-Craft noch. Ich habe sehr, sehr viele Upgrade-Packs gemacht. Über 100 von diesen Premium-Premier-League-Upgrade-Packs und so weiter. Also das waren, wie gesagt, hunderte Packs, hunderte Packs. Es war Wahnsinn. Ich hatte an die 200 Packs aufgespart zum Start von Tote. Ich bin wirklich erst reingegangen, wie das ganze Team auch da war. Weil da hat man dann die größte Chance gehabt, auch wirklich was Gutes zu ziehen. Dreimal das 83 mal 25 Pack und so weiter. Also es waren unzählige Packs. Ich habe viel gespart. Wahrscheinlich nicht so viel wie manch anderer. Aber es waren, wie gesagt, ihr seht es da auf dem Bildschirm ja auch nochmal angezeigt. Es waren wirklich sehr, sehr viele Packs, die ich gezogen habe. Also ich würde mal sagen, unterm Strich geht wahrscheinlich von 1.000 Packs nicht viel ab, die wir insgesamt über das ganze Tote verteilt gezogen haben. Diese ganzen kleinen Packs zählt man da jetzt ja gar nicht dazu. Irgendwelche Goldspieler-Packs und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe ordentlich reingegrandet. Jede freie Minute, die ich irgendwie hatte, immer wieder recrafted und dann die Packs geöffnet. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt rüber und schauen uns an, was ich tatsächlich jetzt während dem Tote alles gezogen habe, beziehungsweise welche SPC sich damit abschließen konnte. Gut, und dann sind wir angelangt bei dem Team. Und der allererste tatsächlich, den ich eigentlich fertig gemacht habe, war Kylian Mbappé mit dem ganzen Foto, das ich bekommen habe. Ich habe meinen Verein ein bisschen leerer gemacht. Also alle Spieler, die ich eh ohnehin nicht mehr wirklich spiele, habe ich da auch reingepackt, weil ich da keinen Sinn darin sehe, die zu sammeln, wenn es eh dann nur im Verein herumliegen. Und ich glaube, mit Mbappé, da macht man nichts falsch. Das ist ein guter Spieler. Ist zwar jetzt nicht so viel krasser wie seine Goldkarte und auch bei Weitem nicht so krass wie sein Team of the Year, aber trotzdem spielt sich die Karte sehr, sehr gut. Ihr wisst es alle, jeder, der Mbappé schon mal gespielt hat, der hat halt seine eigenen Moves. Der geht nach vorne Richtung Tor. Sehr, sehr geile Karte. Also wer den irgendwie noch abschließen möchte mit Futter, das er im Verein hat, anders würde ich es euch wahrscheinlich nicht empfehlen. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht, da knappe 2 Millionen für den zu investieren. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr stabile Karte. Richarlison, ich glaube, da braucht man nicht mehr so viel dazu sagen. Gab es ein Video über den, auch eine stabile Karte. Meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer. Dann hat man Garrett Bale. Auch eine sehr stabile Karte. Karte, guter Preis. Ich glaube, den kann man sogar noch immer machen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Super Karte. Genauso wie Xavi Alonso hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch das eine spitzen SPC. Jeder, der den noch nicht gemacht hat, kann sich gerne, wie gesagt, mein Video hier auf dem Kanal anschauen. Das ist eine Top-Karte im Mittelfeld. Da kann man gar nichts sagen. Aus einem Pack ganz überrascht ist der rausgekommen. Da kam ein Gold Walker. Ich glaube, Mondi war es. Gold Mondi, 86er. Und ich habe mir schon gedacht, boah, wieder so ein Schmutzpack. Und dann ist dahinter diese Karte gewesen Edwin van der Saar. Und ich muss sagen, ich habe den jetzt 20 Spiele lang gespielt. Und der war wirklich grundsolide. Also es ist eine absolut krasse Torhüterkarte. Meiner Meinung nach einer der besten 5 Torhüter, die ich jemals in FIFA gespielt habe bisher. Also der ist wirklich sehr, sehr stabil. Der hält Dinge. Da glaubt man, die hält er eigentlich jetzt nicht. Aber er hält ihn trotzdem. Super geile Karte. Ich glaube, auch über Manet muss man nicht viel sagen. Die SBC auch eine Top-SBC. Preislich finde ich ihn eigentlich okay. Weil man konnte den ja während dem Tod gut craften. Das haben wahrscheinlich viele auch schon gemacht. Auch über den gibt es ein Video, wenn euch das näher interessiert. Dann habe ich den Koulibaly aus einem 75er Player Pick tatsächlich gezogen. Auch eine sehr geile Karte. Kostet eine knappe halbe Million. Und da war ich sehr, sehr zufrieden schon mal, dass so eine Karte da aus diesen Player Picks kam. Ich muss sagen, die Player Picks waren unterm Strich eigentlich gut. Weil ich habe viel SBC-Futter bekommen. Vor allem anfangs habe ich dann Mbappé damit abschließen können. Da waren immer wieder Walkouts dabei. Die waren anfangs wirklich sehr, sehr gut. Und dann, wie gesagt, auch noch diesen Koulibaly bekommen. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr belohnend gewesen. Wir hatten Virgil van Dijk in einem Premium Premier League Upgrade. Und das hat mich besonders gefreut. Weil das ist eigentlich der Tote gewesen, den ich unbedingt wollte. Als Liverpool-Fan. Klar, so ein Mbappé oder einen Messi hätten wir natürlich auch genommen. Einen Haaland, De Bruyne und so weiter. Bellingham. Aber den wollte ich unbedingt. Und der ist tatsächlich dann irgendwann aus einem Premium Premier League Upgrade gekommen. Ich glaube, aus dem über 50 waren es auf jeden Fall. 55. oder so irgendwas in diese Richtung. Und tatsächlich im Web-App habe ich den gezogen. Ein bisschen eine Enttäuschung gewesen, wenn man dann nicht diese geile Animation sieht. Oder Enttäuschung will ich nicht sagen. Weil man ist ja trotzdem dann voller Freude, wenn man sieht, dass es Virgil van Dijk ist. Aber auf jeden Fall krasser Verteidiger. Ich habe den jetzt auch 20 Spiele gespielt. Genauso wie Van der Saar. Den habe ich ziemlich, ich glaube am selben Tag oder am Tag davor habe ich Van der Saar gezogen. Am nächsten Tag dann Van Dijk. Aber da habe ich dazwischen nicht gespielt. Ja, braucht man nichts dazu sagen. Van Dijk ist absolut sein krasser Innenverteidiger. Genauso eigentlich wie Sergio Ramos. Auch über den haben wir ja ein Video gemacht. Sehr, sehr stabile Karte. Kann ich auch weiterhin empfehlen. Top-Verteidiger. Da gibt es nichts zu sagen. Aus was für einem Pack ich den gezogen habe, kann ich eigentlich gar nicht mehr mich erinnern. Aus irgendeinen der unzähligen ist er auf jeden Fall aus einem Pack gekommen. Als Walkout, aus Animation. Sehr, sehr geil gewesen. Wie die Animation kam. Dann kurz diese Ernüchterung, dass es kein Totti ist, sondern nur so ein ehrenvoller Erwähnungsspieler. Aber unterm Strich dann Cancelo auf jeden Fall auch einer der besten Außenverteidiger. Und kann man links und rechts spielen. Das ist auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Courtois, den habe ich tatsächlich zweimal gezogen. Das war mein allererster Totti, den ich gezogen habe. Und da ist die Freude natürlich riesengroß, weil irgendwie fällt so ein bisschen die Last von einem ab. Man hat jetzt einen, man hat einen Totti gezogen. Es war ja extrem schwierig dieses Jahr für viele, einen Totti zu ziehen. Und dann hatte man endlich einen Totti und hat sich gefreut. Wie ich ihn das zweite Mal gezogen habe, habe ich mich nicht mehr so gefreut. Ich habe die Animation gesehen. War hin und weg. Es ist wieder ein Totti. Man sieht die belgische Flagge und man hofft, es ist die Bräune. Aber irgendwie weiß man es schon, dass es Courtois war. Und das war halt dann ein bisschen enttäuschend, dass man denselben zweimal zieht. Aber hey, insgesamt drei Totes gezogen. Das hat wahrscheinlich auch etwas, weil manche von euch haben leider wahrscheinlich gar keinen gezogen. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Promos, dass ihr eine geile Karte zieht. Ich hoffe, dass auch bei euch ihr irgendwann dann gönnt. Aber wie gesagt, Courtois sicher ein sehr, sehr stabiler Torhüter. Ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht, zwei Spiele habe ich ihn gespielt. Also ich habe dann, wie gesagt, diesen Van der Saar bekommen. Und Van der Saar, muss ich sagen, da bin ich halt sehr, sehr zufrieden, dass ich den habe. Und kann ich auch ein bisschen einfacher linken mit Van Dijk wie Courtois. Ich spiele eher weniger La Liga. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zur Bank runter. Da haben wir einen Magnan. Den habe ich tatsächlich als allerletztes gezogen am Freitag, drei Stunden bevor Toti vorbei war. Das war so meine letzte Karte, die ich gezogen habe als Special Karte. Mit den Packs, die ich da noch gezogen habe, habe ich dann Rashford abgeschlossen. Über den gibt es ja auch schon ein Video hier auf meinem Kanal. Ödegard war auch so einer, den ich ganz am Anfang mit Futter gleich abgeschlossen habe. Da hatte ich irgendeine High-Rated-Karte doppelt umtauschbar. Da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und es gab keine SPCs, die ich machen wollte. Da habe ich Ödegard abgeschlossen. Das war ganz zum Beginn von Toti, wo, glaube ich, die Stürmer sogar nur noch in den Packs waren. Jorginho habe ich halt mitgenommen, auch wieder mit doppelten. Es ist halt dann immer wieder SPC-Futter da gewesen und es war doppelt. Und was magst du mit? Dann schließt einen Jorginho ab. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gespielt. Genauso wie Fekir. Der kam tatsächlich auch aus diesen 75-Plus-Player-Picks. Auch mit dem noch kein Spiel gemacht. Genauso wenig mit Fofana. Auch dieser SPC habe ich abgeschlossen, aber der ist ja noch relativ neu. Bremer habe ich, glaube ich, auch aus einem Player-Pick gehabt. Auch eine stabile Karte wahrscheinlich, Serie A, aber auch noch nicht gespielt. Mit dem Doppelten habe ich auch abgeschlossen Peter Tschech. Auch den habe ich erst acht Spiele gespielt, weil danach kam, wie gesagt, Van der Saar. Und ich fand Peter Tschech ehrlicherweise gar nicht so krass bei mir. Also Van der Saar ist um Welten besser als dieser Peter Tschech, aber trotzdem auch ein guter Torhüter. Dann habe ich aus meinen Eiken-Packs einen doppelten Petit gezogen. Den musste ich dann eintauschen. Den habe ich abgegeben bei Kylian Mbappé und witzigerweise mit einem Yaya Toure, den ich untauschbar gezogen habe aus den Hero-Packs. Aber ich habe die World Cup-Version von Yaya Toure. Deswegen fange ich mit dem nichts an. Und da habe ich tatsächlich dann in einem Pack Petit und Yaya Toure abgegeben. Ich glaube, wenn man beide zusammenzählt, ein Wert von über 800.000 Coins ist eigentlich krank. Aber was sollst du machen, wenn du den doppelt hast und Yaya Toure die bessere Version hast? Bringt halt nichts, den zu behalten. Aber alles in allem waren meine Icon-Packs sehr, sehr schlecht. Owen habe ich noch gezogen, einer der billigsten Icons. Den Beckham, der ist einigermaßen okay, aber jetzt auch keine krasse Icon, würde ich sagen. Und Sola. Und eine Karte fehlt da jetzt schon und das ist der Miroslav Klose. Auch die schlechteste Version von Miroslav Klose, beziehungsweise die billigste Version. Den habe ich dann auch in irgendeine SPC gesteckt, was auch immer das war. Da gab es ja auch noch diesen Jutgler, glaube ich, heißt da und diesen Bore, diese Moments-Karten. Diese beiden habe ich auch abgeschlossen, aber die sind auch in irgendwelche SPCs gewandert. Aber ich würde sagen, das war es. Eine sehr, sehr gute Ausbeute und ich zeige euch jetzt kurz, was diese ganzen Spieler alle gemeinsam, also SPCs und Spieler am Markt wert sind, beziehungsweise was der Wert, der Gegenwert von diesen Karten wäre. Also ich habe auf Footbin das Ganze nachgebaut, so wie ihr es da jetzt gesehen habt, in FIFA drinnen selbst. Und da kommt ein Gegenwert von 7,1 Millionen raus, wobei es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ich glaube nämlich, dass ich beim Footbin-Zusammenbauen dieses Teams den Petit vergessen habe und den Beckham. Also es werden wahrscheinlich so 7,5 Millionen unterm Strich sein, aber ich glaube, ihr verzeiht es mir das. Also über 7 Millionen. Wir erinnern uns zurück an den Anfang, wo ich euch gesagt habe, 260 Euro habe ich an FIFA Points investiert und 1,3 Millionen in Münzen. Jetzt haben wir einen Gegenwert von 7,5 Millionen, sage ich jetzt mal und haben sehr, sehr geile Spieler. Wir haben einen Van Dijk, wir haben einen Manet, wir haben einen Mbappé und so weiter. Ihr seht das. Courtois, Van der Sar, also Koulibaly. Wir haben da echt geile Karten rausbekommen, muss ich sagen. Allein, so wie man es da schon sieht, ist das ein absolut krasses Team, würde ich mal sagen. Also ich bin absolut zufrieden. Mein bestes Tote aller Zeiten. Ich hoffe, ihr alle habt auch irgendwas Geiles über Tote gezogen, beziehungsweise irgendwelche SPCs abgeschlossen, mit denen ihr jetzt Freude habt. Und wollte auch nochmal Danke sagen für euren Support bei meinen Spielerbewertungsvideos. Ich hoffe, dieses Video hat euch da jetzt auch gefallen. Ein kleiner Überblick, ein kleiner Abschluss über das Tote. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, in den nächsten Wochen werde ich ein bisschen auf die älteren FIFA-Teile eingehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch da am Start seid. Und dann sage ich nochmal Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.